So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Wir legen direkt los. Gestern Abend im Livestream haben wir schon über ein paar der Zitate von Merkelchen gesprochen. Sie hat ja jetzt von Rammelchen einen neuen Namen bekommen. Bruder Rammelow nennte Frau Merkel ja Merkelchen. So, und dementsprechend, die BILD hat hier einige aus einer Geheimsitzung. Wenn die Sitzung noch geheim ist, wie kann denn die BILD diese Informationen haben? Nichtsdestotrotz haben sie hier einige interessante Zitate, die wirklich sehr weit blicken lassen von der Frau Merkel, soweit geleakt, hier veröffentlicht, auf die wir gemeinsam eingehen möchten. Weil wir müssen uns ja erinnern, die Frau Merkel ist ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. So, und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, hier sieht man noch zahlreiche Parallelen, dass ihr dieses Regime wirklich gut gefallen hat. Wenn hier beispielsweise Aussagen getroffen werden, beziehungsweise Fragen gestellt werden, mit Zitat, warum können wir die Reisen nicht verbieten? Allen Ernstes, Leute. Die Frau Merkel hatte hier ganz klar geplant, oder mehrfach in der Ministerpräsidentenkonferenz gefragt, warum man denn die Reisen den Deutschen nicht gänzlich verbieten kann. Da muss man sich mal überlegen, was hier eigentlich passiert. Was läuft da ab? Zitat. Was ist mit den Deutschen, die reisen? Hundertmal habe ich die Frage in die Runde gestellt. Warum können wir die Reisen nicht verbieten? Dann bekomme ich immer die auf ehemalige DDR-Bürger gemünzte Antwort, dass wir ein freies Land sind. Man kann zwar 15 Kilometer Sperrzonen einführen, aber es ist schwer, Reisen in die Welt zu verbieten. Aber das Ganze geht weiter. Das Ganze geht weiter in die Richtung, das, was ich im letzten Jahr euch ja gesagt habe, man versucht, zahlreiche Sachen so unattraktiv zu machen, so uninteressant, so beschwerlich für viele Leute zu machen, dass man einfach von sich aus sagt, komm, ich versuche es gar nicht mehr, ich mache es gar nicht mehr, ich gehe gar nicht mehr raus. Zitat, man kann nur Reisen unattraktiv, unangenehm machen, etwa durch Quarantäne. Und das bestätigt für mich mein Denken, dass eine Quarantäne und auch sonstige Maßnahmen gar nichts bringen, dass man versucht, über diesen Weg einfach nur eine unattraktive, unangenehme Situation zu schaffen und nicht mehr. Also, das ist ein Wahnsinn. Weitere Zitate, Weihnachten sind jeden Tag 50.000 auf die Kanaren und die Malediven geflogen. Frage ich direkt mal, wo sind dadurch die neuen Fälle, die ganzen schlimmen Infizierten? Konnten wir nicht anhand der Statistiken des RKI sehen, oder? Weiterhin, wir müssen den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt. Das habe ich auch Horst Seehofer versucht zu erklären, dass er das prüft. Ja, aber deutsche Grenzen bleiben offen, sodass alles mögliche hier problemlos funktioniert. Aber Deutsche sollen in Deutschland bleiben und nicht mehr in den Urlaub fahren, nachdem sie das ganze Jahr malocht haben, jegliche Maßnahmen mitgemacht haben und natürlich die Steuern bezahlt haben. Also, das ist schon eine ganz, ganz krasse Nummer, wie ich finde. Das ist der Wahnsinn. Zu den Öffnungsplänen, sagt sie hier, wir können jetzt nicht über Öffnungen sprechen. Da sieht man wieder, dass jegliche Diskussion im Keim erstickt wird. Da wird gar nicht erst eine demokratische Debatte irgendwie gestartet oder ähnliches. Das ist eine ganz, ganz krasse Nummer. Oder auch hier, wir müssen andersrum öffnen als beschlossen. Erst Kitas und Schulen, dann Geschäfte, dann Restaurants. Da ändert man einfach mal komplett 180 Grad die Richtung. Ganz einfach aus dem Grunde. Genau das Gleiche, warum im letzten Jahr es anfing, dass die Bundesliga wieder Fußball spielen durfte. Ganz logisches Ding. Weil zu viele Leute in der Gesellschaft gesagt haben, das kann doch nicht mehr sein, ich möchte aber jetzt Fußball gucken. Und die Leute, die aktuell sich im Homeoffice befinden, Eltern von Kindern, die in die Kita oder in die Schulen müssen, die laufen am Zahnfleisch. Die laufen ganz klar am Zahnfleisch, weil, nochmal, du kannst beiden nicht gerecht werden. Du kannst einer Kindeserziehung nicht gerecht werden im Homeoffice, wenn du arbeiten musst. Und genauso kannst du deinem Arbeitgeber, deiner Arbeit nicht gerecht werden, wenn auf der anderen Seite ein Kind hier rumläuft, rumschreit. Das hat Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Ganz logisch. Und dass sie das jetzt hier einfach andersrum, wie es heißt, angehen möchte, bestätigt meine Meinung einfach nur darin, dass man einfach nur das macht, wo die Bevölkerung am meisten schreit und man hofft, ja, die sind im Homeoffice, die dürfen wir uns jetzt nicht verscherzen, die Leute, machen wir mal Kitas und Schulen auf, damit die nicht auf die Barrikaden gehen, sonst nehmen wir keine Steuern mehr ein, dann haben wir noch mehr Probleme mit den Unternehmen. Also das ist schon ganz, ganz krass. Und dann heißt es hier weiterhin, als erstes bei der Schule Leine lassen. Das ist nicht wie beim Geschäft, wo alle hinströmen. Ja, sorry, aber diese Formulierung, als erstes bei der Schule Leine lassen. Ich bin ein mündiger Bürger. Ich zahle meine Steuern hier in diesem Land. Ich bin kein Hund, keine Katze, naja, Katze hat man nicht an der Leine, keine Kuh, die ein Bär, ein Tanzbär, der einen Nasenring durch die Nase hat, was weiß ich, oder ein Pferd mit Geschirr. Ich bin ein Mensch. Warum werde ich auch nicht als solche angesehen und so behandelt? Weil wenn hier was von Leine steht, sehe ich das definitiv anders. Das ist eine ganz, ganz große Frechheit. Und es lässt ziemlich weit blicken in die Psyche von Frau Merkel, wie ich finde. Also das ist eine Entwicklung, die hier rauskommt, was hinter den Kulissen hier wirklich passiert und los ist. Das ist eine unverstellbare Sache. Ganz schlimm. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren. Weiter geht's mal wieder hier um das Rammelchen. Bodo Ramelow von den Linken und seines Zeichens der Ministerpräsident von Thüringen, wie wir wissen. Und die Kritik reißt nicht ab, dass er zugegeben hat, hier, ich zeige ihm mein Handy, ich habe den direkt nicht installiert, dieses Spiel Candy Crush, Saga, glaube ich, so heißt es sogar noch dazu, wo man da so ein bisschen auf diese komischen, bunten, was ist das eigentlich, Obst oder was weiß ich, klicken muss und dann drehen die sich und dann hat man da zwei, drei nebeneinander und dann kriegst du dafür Punkte. Also, es gibt weitaus geistig fördernde Spiele, möchte ich hier an der Stelle behaupten. So, in diesem Sinne, Ramelow bekommt Kritik weiterhin. Ich habe gestern auch schon darüber berichtet und es könnte wirklich dazu führen, dass der Mann zurückgetreten wird. Selber einen Rücktritt initiiert das, glaube ich, eher nicht, aber dass die Forderungen zu laut werden und dass vielleicht wieder ein Anruf aus Berlin kommt und dann wird das Ganze geregelt, dann würde jemand anderes nachtreten, nachfolgen für ihn, denn das Ganze ist ja eigentlich schon mal andersrum gelaufen. Es gab einen Anruf aus Afrika von unserer Gottkanzlerin und diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Ja, und dann war das Thema eigentlich erledigt, so dass Kemmerich von der FDP nicht der Ministerpräsident geworden ist oder nicht mehr war. Er ist ja schon rechtmäßig gewählt worden. So, aber jetzt muss man sich überlegen, was damals eigentlich passiert ist. Das, was damals passiert ist, war absolut nicht demokratisch. Eine demokratische Wahl wurde rückgängig gemacht. Das muss man sich mal überlegen. Also, dass es da auch gar nicht in der Presse diesen riesengroßen Aufschrei gab. Und ich bin fest der Überzeugung, dass ein Thomas Kemmerich von der FDP sich nicht so respektlos verhalten hätte oder auch, wenn das jetzt nochmal werden könnte, so verhalten würde bei einer Ministerpräsidentenkonferenz wie ein Bodo Ramelow. Bin ich fest von überzeugt. Das ist meine persönliche Meinung. Denn dieser Mann ist selbstständiger Unternehmer. Der weiß es, was es bedeutet, Umsatzeinbußen zu haben. Das kann ein Politiker, der nur von Staatsdruck lebt, gar nicht nachvollziehen. Woher soll der das wissen? Und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll. Das meine ich, mir fehlt das richtige Wort dafür. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Und das ist ja das Grundlegende. Wir drehen uns ja immer wieder im Kreis. Das ist das grundlegende Problem in unserem Polizystem, dass jemand, der noch nicht mal fünf Jahre selbstständig war, der zehn Jahre als Angestellter gearbeitet hat, was weiß ich, gemacht hat, dass der in den Staatsdienst eintreten darf, als Politiker, und soll von eben diesen genannten Personen, wie ich gerade gesagt habe, Personenkreisen, sprich Arbeitsangestellte genauso wie auch Selbstständige, dass der von denen die Interessen vertreten soll. Das kann der doch gar nicht, wenn er seinen Lebtag noch nicht weiß, wie es bei mir beispielsweise ist als Selbstständiger. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat noch selbstständig bin. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat von Hartz IV leben muss. Natürlich habe ich ein paar Ersparnisse und so weiter, aber eine gewisse Zeit überbrücken, okay. Aber ich kann das jetzt auch nicht sagen, nächstes Jahr, alles noch super. Da weiß ich ja gar nicht, wie dieses Jahr läuft. Aber sowas ist in der Politik einfach anders. Oder genauso auch, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist. Kann jeder von euch sagen, ja, ich habe einen 100% sicheren Job? Manche, ganz wenige nur noch. Aber viele von euch, bin ich fest von der Zeit, sagen, ich kann das nicht zusichern. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Firma im nächsten Monat geht, wie es mit meiner Firma in einem halben Jahr geht. Und weil eben die Politiker dies nicht nachvollziehen können, bin ich der Überzeugung, dass sie auch nicht die Politik machen, die für uns die richtige ist. Das sieht man halt immer häufiger. So, jetzt auf den Ramelow im Persona zurückzukommen. Hier geht es um CSU-Generalsekretär Markus Blume. Der sagte nämlich hier bei BitLive, Zitat, wenn er uns damit sagen will, also bezogen auf Ramelow, auf das Rammelchen, wenn er uns damit sagen will, dass er amtsmüde ist, dann soll er einfach zurücktreten. Denn dann hat er viel Zeit zum Spielen. Und da hat der Mann vollkommen recht. Weil ein Ministerpräsident, nochmal, der da sitzt und während solch einer wichtigen Konferenz, wo über unsere aller Freiheit entschieden wird, Leute, da werden teilweise Gesetze des Grundgesetzes ausgehebelt und ad acta gelegt, sodass wir nicht mehr hier frei reisen dürfen, dass wir eine 15-Kilometer-Beschränkung haben, dass wir mit Masken gepeinigt werden und, 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 und. Und der hat wirklich nichts Besseres zu tun, als sich dahin zu setzen und Candy Crush zu spielen. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist einfach unvorstellbar. Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist schockiert. Ziemiak, so. Thüringens Ministerpräsident sei offensichtlich nicht geeignet, um an den Krisengipfeln zwischen Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten der Länder teilzunehmen, sagte er auch in dieser Bild-Live-Schalte. Weiterhin sagte er, er sollte sich entschuldigen bei seinen Kollegen und, ja, bei seinen Kollegen und vor allem bei der Bevölkerung Thürings. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist es damit nicht getan. Er vertritt sie dort und hat sich nicht für ihre Interessen eingesetzt und nichts eingebracht. Und dann macht er auch noch Machowitze. Ja, und Machowitze beziehungsweise auch dieses aufbrausende Verhaltensweise vom Ramelow steht jetzt immer mehr in der Kritik. Die Welt betitelt das hier. Mancher in Ramelows Koalition nennt die Stimmung unterirdig. Thürings Ministerpräsident Ramelow verschärft mit dem Candy Crush Bekenntnis und der Merkelchen Äußerung die schlechte Stimmung bei Rot-Rot-Grün. Seine situative Unkontrolliertheit und seinen Jähzorn halten manche Koalitionäre inzwischen für hochriskant. Und da wird darauf angespielt bezüglich der Stinkefinger-Affäre, wo er einem anderen Abgeordneten den Stinkefinger gezeigt hat und diesen auch noch verbal beleidigt hat. Und da gibt es ja mittlerweile ein Gerichtsurteil von der Thüringen ich weiß nicht mehr welches Gericht es war. Auf jeden Fall ein Gerichtsurteil was aber soweit erledigt war mit einer Zahlung von ich glaube der Betrag lief bei 5000 Euro. Und das muss man sich auch überlegen und reinziehen. Schreibt eure Meinung einfach dazu unten rein Leute. In diesem Sinne Daumen hoch wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns über die beiden Themen sprechen. Ich mache bewusst nur diese beiden Themen rein weil ich die beide sehr sehr wichtig finde und ich glaube dass hier in Thüringen das letzte Wort bezüglich dem Ramelow noch nicht gesprochen ist und gerade die Äußerung von der Merkel finde ich so verheerend so beängstigend was hier passiert ist was hier geäußert wurde. Schreibt eure Meinung unten rein bleibt weiter entspannt bis zum nächsten und ciao.